hallöchen ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu let's play zackboy big adventure ich bin euer basti ich freue mich dass du da draußen eingeschaltet hast und hier geht es jetzt weiter mit dem no death im existenzkampf wir gucken mal rein wir brauchen ja keine color mehr sammeln wir müssen halt einfach nur und wir können mit dem mit dem mit dem guten hier spielen oder wie gesagt no death es wird nicht einfach werden denke ich mal aber die erste phase und die überstehen müssen wir mal schauen wie gesagt punkte ist vollkommen egal wir müssen halt schauen dass wir den den bosskampf fertig dass wir den buchkampf entgegen das ist eigentlich das was das ist eigentlich das was so fies ist ja jetzt klaut er mir meine leben ja das natürlich richtig gemein okay da die habe ich erst mal alle wieder so jetzt gibt es hier eine bombe okay er hat mich aber er hat mich aber nicht getroffen okay mir ist noch das muss so viel schuldete leben weg auch man das kam jetzt unerwartet für da ist es schon passiert einmal getroffen ich probiere es trotzdem noch mal ich probiere es trotzdem noch mal irgendwie wird das schon irgendwie wird das schon irgendwann mal klappen hier so also das ist wie gesagt ich denke mal die letzten level auch in der ebene der wunde die wir haben ja auf jeden fall richtig hochzobrechen bereiten aber wir gucken mal so die hand so dass ich habe ihn schon mal getroffen das ist schon mal gut ich laute mir meine leben nee 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 da mache ich nicht mit das ist nämlich voll gemein ja mach den mal platter das ist gut ähm okay gut oh mein gott so was passiert jetzt leben wieder weg ich muss mich jetzt nicht rühren so momentchen so jetzt müssen wir noch boxen ja schon ganz schön energie abgezogen denke ich mal ne so was passiert jetzt ne 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 ich sooo hey lass den kauf in ruhe sicher eine nette abwechslung dich so fertig zu machen waaah das kam jetzt unerwartet na das ist egal wo bist du wo bist du wo bist du komm schon raus hier ich hoffe doch mal das Vieh wandelt verwandelt sich nicht so verwandelt sich nicht zurück ah ok ich hab ihn auch zumindest getroffen ok fehlt nicht mehr viel ok ne naja gut aber ich mit dir ne ich mit dir so jetzt haben wir es erstmal geschafft jetzt muss ich nur noch durch den müsst ihr noch überstehen sooo sehr gut ok sehr gut jetzt kommt glaube ich der speicherpunkt ne ja schlechte idee glaube ich auch die hand die stört mich ein bisschen hier den Doppelbonus brauche ich ja nicht ähm du bist vies du doofer so abgespeichert sehr gut letzte Phase oder so ne noch nicht Ah, an die Kugeln komme ich, glaube ich, nicht ran komplett. Okay, jetzt kommt das mit der Hand hier. So, da bin ich eigentlich auch ganz gut durchgekommen. Oh, die stören mich jetzt nicht so wirklich. Okay. Den Bereich haben wir auch. Das darf ich nur im letzten Bereich nicht verkacken. Aber das war schon fies, ne? Aber ich glaube, da habe ich mich im letzten Bereich treffen lassen. Ich glaube schon, ne? So, okay. So. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, ich komme nochmal zurück, ne? War es das? Okay. Die Phase haben wir, die Phase haben wir überstanden. So. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Ich möchte jetzt nicht mit dir tauschen. Nee, ich bin auch nicht mit... Nein, nein. Okay, okay. Das hat aber nicht wirklich viel abgezogen. Das dürfte eigentlich nichts gewesen sein. Ich glaube, mich hat mich halt nicht nochmal treffen lassen, ne? So. Okay. So. Komm schon. Sehr gut. Ah, es fehlt auch noch ein bisschen was. Ich kann mich zumindest auf die Bomben konzentrieren, sag ich mal. Ich lasse dein ganzes Leben verschwinden. Nee. Das ist fies. So. Sehr gut. Jetzt wirst du wütend, ne? Hm, wahnsinnig. Ja. Okay. Ich speichere doch auch nicht nochmal ab hier. Und das mit den Kanonen ist noch fieser hier. Okay. So, wann kommen die Kanonen jetzt raus? Äh. 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 Oh, mein Gott. Puh, puh, puh. Oh, jetzt kann ich die aber nicht mehr... Jetzt kann ich die nicht mehr kloppen, oder? Äh. Ja, ich hätte dich nochmal... Oh, ich hätte ihn fertig... Ich hätte ihn echt fertig machen können jetzt. Schade. Mist, das hat nicht geklappt. Äh. Okay, jetzt kommt nochmal die Hand daraus. Alles okay. Okay, wo gehst du jetzt hin? Wo ist die Bombe? Ah, Mist. Komm her. Bombe weg. Okay. So. Wegs? Ah. Du hattest nie eine Chance. So ein Mist, ey. So ein Mist. Das ist... Es hätte... Es hätte echt klappen können, ja. Aber es zählt halt nicht, weil ich gestorben bin. Wir haben jetzt nicht so lange gebraucht hierfür. Ja, das war fies. Das war fies. Ich muss nochmal erneut spielen. Das Problem ist, ich glaube, ich muss auch meine ganzen Leben einsammeln. Ähm. Ich brauche ja vier Leben. Oder? Selbst wenn ich jetzt nicht gestorben bin, brauche ich die hier... Willkommen, Sackboy! Okay, wir gucken mal. Okay, der hat mich nicht erwischt. Leben noch da. Schutz schon weg. Okay. Ja, habe ich zumindest erst mal wiedergekriegt, die Leben. Hm. Wo kommst du raus? Kiste? Uh, das war gut. Das war gut. Und schnell weg, ja. Wo kommt der jetzt raus? Hier unten, ne? Da drüben? Okay. Wie gesagt, die ersten Phasen. Ich würde mich jetzt nicht rühren. Äh. Okay, das macht ja... Das macht ja nicht wirklich was, ja. Okay. Hm. Jetzt kommen, glaube ich, die Krabbelfiecher raus, ja, ne? Oder gehen schon da Leben weg. Das brauchst du nicht mehr. So. 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 Okay. Was soll das denn werden? So. Okay. Okay. Ah, lass mich raus, ja. Okay. Gut. Ich habe aber noch volle Energie, ne? Wie kommt es denn jetzt her? Das war auch weg. Ah, das war auch weg. So ein Blödel. Ah. Ich muss noch nur noch einmal treffen. Okay, das hat geklappt. Aber ich mit dir auch gleich. Okay, die Phase mit der Hand, die ist in Ordnung eigentlich. Das war alles fies hier. Aber wie gesagt, hier im No-Desk durchzukommen, ist schon krass. Naja, alles gut. Willst du wirklich weitergehen? Hm. Ich will wirklich weitergehen. Will ich nämlich fertig machen. So, einmal die Hand bitte hier. So, dann hier rüber. Das war, das war mein Fehler. Da habe ich, wie gesagt, wenn ich den durch habe, bin ich erst mal, boah, wenn ich den Bosskampf durch habe, dann bin ich wirklich erst mal durch mit Zack Boy. Dann kommt irgendwann noch die Zusatzwelt. So. Sehr gut. Das klaut für meine Leben. Okay, ich habe es aber wieder. Der ist so fies. Das mit dem Leben klauen ist richtig heftig. Bist du großzügig? Ja, okay. Ich auch. Hier drüben. Hey, was soll das denn werden? So, sehr gut. Okay. Was hast du denn jetzt auf Lager? So, ich habe mich auch nochmal getroffen. Ist jetzt alles okay? Jetzt klaut er mir denn Leben wieder? Okay. Doch nicht. Okay, die sind auch alle weg. Sehr gut. Mann, nee, 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 nee. Ich bin erst mal fort hier. Lass es, lass es einfach sein. So. Hier ist weg. Oder in Ruhe. Sicher eine nette Abwechslung, dich so fertig zu machen. Okay. 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 Warum durfte ich da nicht drauf springen? Wo kommst du her jetzt? Komm, komm, komm. Ich darf mich nicht treffen lassen. Ich muss bis zum Speicherpunkt kommen. Ich muss bis zum Speicherpunkt kommen. Es wird ein langer Part, denke ich mal. Es wird heftig. Es wird heftig. Wie gesagt, der erste Part ist eigentlich immer noch okay. Man darf vielleicht nicht auch alles so übertreiben. Und schön ruhig. Es ist jetzt nicht so, dass es schwierig ist. So, schön weg hier. Ganz schnell. Jetzt klaute mir mein Leben. Und ich habe es aber wieder. Okay. Okay. Sehr gut. Die Hand muss weg. Nur nicht zu dir. Vortier. Ah, der erste Bosskampf geht immer noch. Okay. So. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich muss da hin. Der ist gerade... Grad verwundbar. Jetzt zieht er sich wieder zurück, ne? Du, 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 du. So etwas brauchst du nicht mehr. Oh, ho, ho. Hier kommt Rex mit kühler Laune im Depp. So. Hey, lass den Gauner in Ruhe. Spielhaut, Mr. Lombard. So. 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 Okay. Es ist eine nette Abwechslung, dich so fertig zu machen. Naja, das ist nicht so schlimm, ja. Das kam jetzt unerwartet. Nein, das ist aber egal. Das hilft mir, ja? Wo kommst du raus? Komm schon. Kuckuck. Kommst du wieder rechts raus, immer? Oh, ja. Der braucht nicht mehr so viele. Okay. Erste Phase. Wieder einmal geschafft. Jetzt muss ich bei der zweiten Phase halt aufpassen, ne? Weil die dritte Phase, oder die letzte Phase wird ja nochmal richtig gemein. Wir müssen halt jetzt nur bis zum Speicherpunkt kommen. Weil ich glaube, ich... Ähm... Ich glaube... Oh, jetzt... Hat er mich erwischt? Ne, normal nicht. Normal nicht so gespeichert. Sehr gut. Uh, das war... Das war wieder knapp. Da wäre ich jetzt fast wieder... Da wäre ich jetzt fast wieder... Okay. Hier kommt nochmal, glaube ich, die Hand, ne? Okay. Letzte Phase. Ah, ne. Jetzt kommt die Handphase erstmal. So. So. Okay. Hier geht man einfach durch. Die braucht man ja nicht. Okay. Hier zur Schläge ist da alles. Oh, doch gut. Ganz schnell weg. Und willkommen in der letzten Phase. Und ich muss auf jeden Fall versuchen, meine Leben zu behalten. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe, wenn ich die Leben nicht wieder einsammle. Das ist aber richtig mies. So, okay. Jetzt kommen erstmal die Raketen. Von dort. Von dort. Von dort und nochmal zurück, ne? Okay. Das hat geklappt. Jetzt kann ich mich eigentlich... Jetzt kann ich mich ja eigentlich auf die Bomben... Müsstest du mich fattern. Auf die Bomben konzentrieren. Okay. Das hat geklappt. Nö, das war nicht frech. Das war gut. Okay. Oh nein. Jetzt bin ich gegen die Viecher gerannt. Ey, das gibt's nicht. Das ist fies. Das ist echt fies. Was ist los? Bin ich dir zu schnell? Ah, ich brauch Bomben, ne? Ohne Bomben wird's nischt. Das Leben ist ja so vergänglich. Okay. Ich krieg's aber nicht... Ich glaub, ich krieg's nicht mehr hin, ja. Wär das ein sinnloser... Wär das ein ganzes Leben verschwinden. Das war ein sinnloser Fehler hier. Ich bin wie ein Hai. Immer in Bewegung. Und ich hab tolle Züge. Okay. Jetzt wird's wieder... Es fehlt... Es fehlt aber auch nicht mehr viel. Man weiß gar nicht richtig, wo man steht, oder? Nee, nee. Alles gut. Ich muss nur halt auf diese doofe Hand aufpassen. Okay, die Bombe ist nach unten geflogen. Du hattest nie eine Chance. Ich hab die... Ich lass immer die Hand außer Sicht. Ich denk an diese Hand nicht. Da muss ich auf jeden Fall besonders drauf achten. Naja gut, wir sind bei 21 Minuten. Ich denk mal... Es wird schon... Es wird schon... Noch eine Stunde gehen, ungefähr. Okay. Gut. Jetzt klaut er mir mein Leben wieder, ne? So etwas brauchst du nicht mehr. Doch, doch. Ich brauch meine Leben. So, die hab ich wieder falsch. Du bist großzügig. Nimm alle. Ich bin überall, sag ich. Überall. Okay. Okay. Jetzt kommt doch deine Hand raus hier. Und weg. Okay. Kommt die Hand wieder. Und die kommt. Okay. Noch mal Raketen? Oder komm jetzt... Nee. Okay. Scheiße. Ei, 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 ei. Ich darf mich nicht treffen lassen. Okay. Okay, okay. Nein, du bist noch nicht. Gut. Ja, ist alles... Ist alles gut so. Ähm. Ja, für mich kam das vielleicht unerwartet. Aber nicht für dich. Wo kommst du raus? Okay. Da einmal. Okay. Ich brauch nur noch einen Schlag. Okay, sehr schön. Hier kommt kein Speicherpunkt, oder? Ich hab immer noch vier Leben. Aber ich leuchte halt rot. Oder ist das jetzt... Ist das jetzt vorbei? Okay, das ist alles noch gut. Willst du wirklich weitergehen? Oh mein Gott. Der knallt mich... Der knallt mich ja nur nach oben. Nein, das gibt's nicht. Das gibt's wirklich nicht. Das gibt's wirklich nicht. Ich muss es doch irgendwann mal schaffen, dass ich nicht so einen sinnlosen Fehler mache, und... Das irgendwie hinkriegen hier. Okay. Das ist alles okay. Jetzt gehört er mit dem Leben. Das kennen wir. So, ich hab's aber erst mal wieder. Sehr gut. Okay. Hier drüben? Ja, ja. Ich seh' dich. Okay. Ich bin auch überall. Ich nehm' da nämlich alles ab, ja. Okay. Sehr gut. So. Doch. Ach man, wenn man immer so bei so einer Zwischenphasen stirbt und nicht beim Gegner, ist das irgendwo ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Oh, jetzt hat's mich ja noch erwischt. Nee, ich kenne dir keinen Spaß, also ehrlich nicht. So. So. Er braucht gar nicht mehr so viel. Ich bin überall, Sacki. Überall. Na ja, das kann sein. So. Meine Güte, komm, der braucht ja nur noch einen Schlag irgendwo her. Ich nehm' dir mal etwas ab. Okay. Ich hab' zumindest meine Leben erst mal wieder. Stillhalten ist so langweilig. Ich bin mit mir auch noch nicht fertig, mein Gutstum. Ich muss bis zum Speicherpunkt kommen. Aber wie gesagt, man muss ja alles, man muss alles in einem Rush schaffen. Damit, äh... So. Man muss echt alles in einem Rush schaffen. Okay, das zieht mir aber nicht weiter ab hier, so wie es aussieht. Das ist schon mal gut. Jetzt bin ich erstmal wieder geheilt. Und ich warte hier lieber jetzt. So. Kommt diese hässliche Hand trotzdem nochmal, oder? Okay, nochmal einen Speicherpunkt. Ich beobachte dich auf Schreck und Tretz. Dum, 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 dum. So. Okay. Hier einmal quer durch. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. So, jetzt zerstörst du das alles hier. Das weiß ich. Stört mich aber nicht wirklich. Letzte Phase. Ich hab' immer noch meine Leben. Aber die nimmt der mir ja weg. Und die muss ich einsammeln. Sonst, ähm, glaub ich nicht, dass ich das hinkriege. Na, wir gucken mal. Ich darf mich auf jeden Fall nicht von diesen komischen Viecher da treffen lassen. Das wär' sehr ärgerlich. So, die Phase haben wir überstanden. Okay. Das ist egal. Wenn's frech war, dann war's frech. Ich möchte jetzt nicht mit dir tauschen. Alles und jeder in dieser kunstvollen Welt ist mein Spielzeug. Okay. Ich nehme trotzdem das Ding mal mit. Die schieben halt auch alles. Die schieben ja halt auch alles mit, ne? So. Okay. Ist jetzt noch alles gut. Er dreht noch nicht durch. Aber ich denke mal, gleich ist es soweit. Ich lasse dein ganzes Leben verschwinden. Tada! Okay, jetzt wird er wütend. Jetzt geht's los. Jetzt kommt die fieseste Phase, die es hier gibt in dem Spiel. Oh mein Gott. Ich muss einfach nur reagieren. Gut bleiben. Wie gesagt, ich muss auf diese hässliche Hand achten. Das ist eigentlich das, was mich so ein bisschen stört, ne? Das beste Versteck ist immer genau unter den eigenen Füßen. So. Die sind weg. Sehr gut. Okay. Naja, ich will meine Gestalt doch nicht verändern. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Eigentlich nicht. Ich glaube... Gibt's nicht. So. Okay. Okay. Mach dich bereit, zu staunen. Okay. Okay. Die Phase habe ich überstanden. Komm her. Das war's. No death. Jawohl. Das war es. Sehr gut. Nach 30 Minuten ungefähr haben wir es geschafft. Jawohl. Sehr gut. Weltkarte. Ah, geil. Geil, 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 geil. Haben wir das auch? Haben wir das auch. Dann können wir reisen. Und zwar zur Ebene. Die Ebene der Wunder. Und was uns hier erwartet, schauen wir uns im nächsten Part an. Oder irgendwann anders mal. Also hier brauchen wir 220. 275. Ja, kriege ich hin. Sum Sum, wie sieht's denn aus mit unseren Schellen? Wie viel haben wir denn? 555. Reicht, glaube ich, trotzdem noch nicht, um ein neues Kostüm freizuschalten. Ich bin bei Sum Sum. Sieh dir unsere neueste Auswahl an außergewöhnlichen Outfits. Okay, wir müssen ersten Level spielen. Das machen wir aber erst im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen und sage, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Ciao. ZOMBIE APOCALYPSE 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 Bis zum nächsten Mal.